Mit viel Zug in Richtung Mitte. Und da treffen sie das erste Tor heute. Und da treffen sie das erste Tor heute. Und da treffen sie das erste Tor. Dortmund versucht alles, um hier doch noch den späten Ausgleich zu erzielen. Ederson ist da, das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Grealish. Kevin De Bruyne. Ilkay Gündor. Jetzt können sie es entscheiden. Gehalten. Boah, das war wichtig. Denn wenn der drin ist, ja dann war es das hier wohl, aber so. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Was für eine Chance. Wie macht er den denn rein? Was ist, aber Big Holy 재미. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020